So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, dem Bergsteiger-Podcast. Heute in Episode 2, da möchten wir uns auf ein und nur wirklich nur ein einziges Thema konzentrieren, nämlich das Thema Massentourismus. Aufgrund dessen, dass es in letzter Zeit wirklich so brandaktuell ist, dieses Thema, bin ich der Meinung, dass man das unbedingt hier aufgreifen sollte. Was ist die Ausgangssituation? Ich hatte letzte Woche schon angeschnitten, dass wir ein kleines Problem, vor allen Dingen hier in Tirol, hatten, weil viele gesperrte Pisten trotzdem betreten worden sind, vor allem von Skitourengehern. Und die Herausforderung war die, wie kann man Leute davon überzeugen, dass sie sich an Recht halten sollten. Und ja, es gibt kein wirkliches Ergebnis. Man kann nur appellieren, dass die Leute sich zusammenreißen sollten und sich an die Spiegelregeln der Betriebe und der Seilbahnen halten sollten. Tja, Fakt ist, wir haben ein Problem, das im Haus steht, nämlich das Problem, dass dieses Jahr sehr, sehr viele Leute zum Skitourengehen anfangen werden. Und man muss dazu sagen, dass sehr viele Leute bereits im Skitourensport unterwegs sind. Das heißt, wir haben schon relativ gut ausgelastete Berge, was den Winter betrifft, bei sicheren Verhältnissen. Und jetzt kommt noch dazu, dass jetzt noch viel mehr anfangen, weil eben die Seilbahnbetriebe geschlossen sind. Die Herausforderung, die nun da ist, ist nun, wie geht man mit diesem Massentourismus um? Wir hatten dieses Jahr im Sommer schon eine besondere Herausforderung diesbezüglich, weil wir hatten die Corona-Maßnahmen, dass viele beliebte Reiseorte eben nicht erreichbar waren. Und dass viele sich dazu entschieden haben, in den Bergen Urlaub zu machen, Wanderurlaub. Da wurde dann auch sehr, sehr viel Geld ins Marketing von dieser touristischen Idee gesteckt. Ist das Ergebnis, ja gut, viele Leute sind das erste Mal wirklich in den Bergen unterwegs gewesen diesen Sommer. Und jetzt haben sie quasi, und jetzt haben sie eine, wie soll man sagen, sie haben jetzt quasi Blut geleckt. Und jetzt wollen sie natürlich auch im Winter starten. Und viele von denen können ja Skifahren und die sind ja im Winter normalerweise Skifahrer quasi. Und jetzt denken sie, na gut, die Skibetriebe haben eben zu, dann gehen wir jetzt eben auf, steigen wir eben um auf Skitouren. Die Herausforderung, die es jetzt zu bewältigen gilt, ist, wir haben eine Masse an neuen Skitouren-Gehren oder Skitouren-Gehren im Allgemeinen. Was tun wir dagegen? Es ist natürlich die erste Frage, ist das ein neues Phänomen? Ist das nicht einfach schon immer so gewesen, dass wir einfach extrem viel Andrang auch im Winter hatten? Also grundsätzlich ist es so, nein, wir hatten in den letzten Jahren natürlich einen Zuwachs im alpinen Raum, was den Tourismus betrifft. Zur Schuldfrage kommen wir gleich, weil die ist nicht unerheblich. Und die Sache ist jetzt, es hat sich aber in den letzten Jahren immer weiter verschärft, immer weiter zugespitzt. Also dieses Phänomen ist nicht neu, aber es ist auch kein altbekanntes Phänomen. Es ist schließlich so ein schleichender Prozess, der über die letzten Jahre so wie so richtig stinkender Käse vor sich hingereift ist. Und jetzt natürlich mit Corona einen absoluten Peak erreicht und einen neuen Höhepunkt. Das heißt, nein, das Phänomen ist nicht neu und ich befürchte, es wird sich in den nächsten Jahren immer weiter zuspitzen. Massentourismus in den Alpen wird zu einem ganz normalen Begriff werden. Wir sprechen heute darüber, dass es eine Katastrophe darstellt, dass das jetzt so ist. Zumindest wird in einem Lager, dazu komme ich gleich, sehr viel davon gesprochen. Aber wir werden uns daran gewöhnen müssen. Das ist zumindest mein Standpunkt. Ich glaube, viele Leute, die heuer die Berge kennenlernen, werden nicht mehr gehen. Beziehungsweise werden immer wieder kommen. Und das war eben bis vor kurzem noch nicht so. Da könnte man jetzt an einigen Beispielen was daran festmachen, aber ich möchte da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich habe mich auch in meinem Buch Ende im Gelände sehr stark mit dem Thema Tourismus auseinandergesetzt und in einzelnen Kapiteln dieses Phänomen des Massentourismus dann auch so ein bisschen zerlegt. Also ganz so fern bin ich diesem Thema nicht. Aber, und jetzt kommen wir zu einem interessanten Punkt. Es gibt eine Schuldfrage. Es muss eine Schuldfrage in diesem Fall geben. Denn die Frage ist, wen können wir, also gibt es einen Namen? Zuerst mal eine Ja-Nein-Frage. Gibt es einen Namen, an dem wir die Problematik festmachen können, in dem wir sagen können quasi, ja Mr. XY, du bist schuld daran, dass wir jetzt dieses Massentourismusphänomen haben. Es ist nicht Corona, weil wie gesagt, die letzten Jahre entwickelte sich das wie ein Schneeball. Können wir das an dieser Person festmachen und können wir diese Person dazu bringen, ändert das jetzt. Also, die Antwort auf diese Frage ist Ja und Nein. Man kann es grundsätzlich schon festmachen an einer Person oder an einer Organisation oder an einer Struktur. Man kann es aber eben nicht an einer Person festmachen. Da sitzt ein ganzes Netzwerk. Und um diese Problematik des Massentourismus ein bisschen greifbarer zu machen, Denn es hängen unfassbar viele Strukturen und viele komplexe Zusammenhänge hinter oder an diesem Phänomen dran. Möchte ich das Ganze mit einem etwas, ich sage mal, plakativen Beispiel, mit einer Metapher einleiten. Der Massentourismus in den Alpen, den kann man sich vorstellen wie einen Sandkasten. In diesem Sandkasten sitzen zwei, ich erzähle euch jetzt quasi einfach mal eine Geschichte und wir werden dann versuchen aus dieser Geschichte eine Konstruktion zu machen, die den Massentourismus erklärt. Also, es gibt einen Sandkasten und in diesem Sandkasten sitzen zwei Kinder. Diese zwei Kinder schlagen sich wechselseitig die Schaufel an den Kopf. Denn jedes Kind ist der Meinung, dass ihm oder ihr der Sandkasten gehört und ein alleiniges Anrecht auf diesen Sandkasten besteht. Bedeutet, sie prügeln sich mit den Schaufeln so lange, bis irgendjemand aufgibt. Aber sie geben nicht auf, sie sind stur, sie sind hartnäckig, sie sind Kinder. Und dieser Sandkasten, der steht auf einem Spielplatz. Es gibt jemanden, dem gehört dieser Spielplatz logischerweise, auf dem diese zwei Kinder eben im Sandkasten sitzen und sich gegenseitig die Schaufel auf den Kopf hauen. Der Spielplatzbesitzer verlangt aber für seinen Spielplatz Eintritt von den Eltern. Schließlich muss er für die Wartung und für die Sicherheit des Spielplatzes aufkommen und deswegen muss man an geringen Betrag wirklich minimal etwas dafür bezahlen, wenn die Kinder dort spielen sollen. Nun ist das Problem aber das. Der Spielplatzbetreiber, der bis jetzt immer regelmäßig Einnahmen generiert hat und die Kinder sich im Sandkasten prügeln hat lassen, dem wird nun von der Stadtverwaltung gesagt, ach, er muss jetzt leider den Spielplatz zusperren. Der Sandkasten ist damit also für die Kinder gesperrt. Der Spielplatzbetreiber ist natürlich etwas traurig, aber die Stadt hat ihm garantiert, das ist kein Problem, wir werden einen Weg finden, dich zu entschädigen. Ja, jetzt sitzen aber die Kinder auf der Straße. Sie können sich zwar jetzt nicht mehr gegenseitig um den Spielplatz oder um die Sandkiste streiten, aber sie können sich jetzt zusammentun und einen neuen Spielplatz finden. Und Gott sei Dank gibt es einen Spielplatz. Dieser Spielplatz ist 200 Meter weiter die Straße hinunter. Und da kommt ihnen plötzlich, der ist gratis und er ist viel, viel größer. Die Sandkiste auf diesem Spielplatz ist um ein Vielfaches größer als die Sandkiste im vorherigen Spielplatz. Das Problem ist nur, in diesem Fall ist der Spielplatzbesitzer etwas launisch. Er macht mal den Sandkasten kleiner, dann macht er den Sandkasten wieder größer. Wenn der Sandkasten sehr groß ist, dann haben die zwei Kinder miteinander kein Problem. Sie kommen sehr gut miteinander zurecht. Jeder hat so seinen Bereich und genug Platz und alle sind zufrieden. Aber manchmal hat der Spielplatzbesitzer einen schlechten Tag. Und dann macht er den Spielplatz einfach kleiner und den Sandkasten ebenfalls deutlich kleiner. Und plötzlich hauen sie sich gegenseitig wieder mit der Schaufel. Aber es kommt noch schlimmer. Sie machen den Spielplatz und den Sandkasten noch so viel kleiner, dass er noch deutlich kleiner ist als der Sandkasten, den sie vorher am alten Spielplatz hatten. Wann und ob der alte Spielplatz wieder aufmacht, das weiß man nicht. Aber andererseits, selbst die Kinder wissen, es ist nicht sonderlich erstrebenswert, dass man diesen Spielplatz wieder haben will, weil man hat sich die ganze Zeit nur um den Sandkasten gestritten. Was die Kinder im ersten Spielplatz nicht wussten, weil sie eben Kinder sind, oder was ihnen vielleicht nicht ganz klar war. Die Kinder haben sich auf diesem ersten Spielplatz darum gestritten, wem der Sandkasten gehört. Aber sie haben sich um eine Fantasie gestritten. Denn niemandem von den beiden gehört der Sandkasten. Es ist vollkommen egal, welches Kind zuerst aufgibt. Dem anderen Kind gehört der Sandkasten deswegen trotzdem nicht. Denn wie euch absolut klar sein wird, wie auch mir, der Sandkasten gehört dem Spielplatzbesitzer. Oder dem Betreiber. Vielleicht kann man jetzt schon in gewisser Weise etwas rauslesen aus der ganzen Metapher, aus dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ich kläre das jetzt ein wenig auf. Ich habe mir diese Metapher ausgedacht, weil ich der Meinung bin, dass sie relativ plakativ, aber sehr gut und zielsicher darstellt, was die Problematik im Massentourismus ist. Gerade also im alpinen Bereich natürlich. Nicht jetzt den Massentourismus in Großstädten, davon rede ich nicht. Davon habe ich auch keine Ahnung. Der Massentourismus in den Alpen besteht aus zwei Lagern. Die nehmen in unserer Geschichte die Kinder ein. Nämlich einerseits das Lager der, ich sage jetzt mal, der Toleranten, die sagen, ja, Tourismus ist eine natürliche Sache. Und die Berge oder die Alpen sind groß genug. Es gibt genug Platz für alle. Wir können Tourismus in den Bergen zulassen, denn die Berge sind so schön. Jeder sollte ein Recht darauf haben. Ja, und dann gibt es die andere Fraktion. Die andere Fraktion, die ist interessant. Das sind die Alpinisten. Das sind die Menschen, die sich daran stören, dass Tourismus in den Alpinismus hineingebracht wird. Das sind Ansichten, die zum Beispiel Reinhold Messner vertritt oder auch andere Alpinisten. Gerade in so, in den professionalisierten Bereichen des Alpinismus hört man das immer öfter. Also Tourismus hat in den Alpen nichts verloren. Tourismus ist eine Sache für Städte. Aber der Alpenraum sollte möglichst natürlich und ursprünglich werden und sollte auch keine Infrastruktur oder keine weitere Infrastruktur erhalten. Ja, naja. Das sind jetzt die zwei Kinder, die im Sandkasten sitzen. Und die streiten sich darum, ob Tourismus in Ordnung ist oder nicht. Und so schlagen sie sich gegenseitig die Schaufel auf den Kopf. Der eine wirft dem anderen vor, dass er Tourismus fördert und Massentourismus fördert und dass alles immer schlimmer wird und alles immer dreckiger wird und immer mehr Stau verursacht wird und der Erholungsraum der Alpen kein Erholungsraum mehr ist. Und der andere wirft die Argumente zurück und sagt, Blödsinn, ihr seid einfach nur, ihr seid Ausgrenzer, ihr diskriminiert Menschen, ihr diskriminiert Touristen, ihr seid für Privilegierte in den Bergen, ihr wollt nicht, dass jeder eure Faszination, eure Schönheit genießen kann. Die Schönheit der Berge, nicht die Schönheit der Alpinisten. Und das, so schlagen sie sich jetzt eben die Schaufel gegenseitig auf den Kopf. Und sie glauben, jedes Lager glaubt quasi, wenn man jetzt lange genug der anderen Partei vorwirft, dass sie Fehler macht, nicht richtig darüber nachdenkt und die falschen Schlüsse zieht, dann wird man gewinnen, dann verschwindet der andere. Also, dann drängen wir zum Beispiel den Massentourismus wieder aus den Bergen oder wir drängen die Alpinisten aus den Bergen und wir können quasi die Alpen eröffnen für den Massentourismus und der andere geht. Also, das andere Kind steigt aus dem Sandkasten aus und sagt, okay, ich gebe es zu, ich habe mich geirrt. Wird das passieren? Realistisch gesehen nicht, denn diese Diskussion gibt es seit 10 Jahren, eingeleitet in den Nullerjahren von Reinhold Messner. Die Debatten wurden immer wieder hochgekocht. Es kommt eigentlich jedes Jahr zu neuen Spitzenwerten von Touristen und jedes Jahr wird diese Debatte wieder von vorn geführt. Und es sind immer die Alpinisten gegen die Touristen. Das eine Kind gegen das andere Kind. Noch etwas ist ganz interessant. Selbst wenn eine Partei nun sagen würde, okay, du hast ja Recht, die andere Partei hat Recht, es wird sich nichts ändern. Wenn die Alpinisten den Massentourismus aus den Alpen verdrängen, dann wird sich an dem Eigentum Alpen überhaupt nichts ändern. Denn der Besitzer der Sandkiste ist immer noch der Spielplatzbetreiber und nicht die eine Fraktion, die in der Sandkiste sitzt und nun einen Sieg, einen hypothetischen Sieg feiert. Das ist einfach nicht die Realität. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, hm, aber was ist dann der ganze Punkt hinter dieser Streiterei? Was ist der Punkt dahinter, dass wir im Sandkasten sitzen und uns darüber ärgern, dass der andere so uneinsichtig ist? Tatsache ist, es wird nichts ändern. Was wir in unserem Sandkasten machen, das ändert gar nichts. Wir haben einen Spielplatzbetreiber, der einen zu kleinen Sandkasten hat. Wir haben einen Spielplatzbetreiber, der unsere Alpen reguliert und Einfluss auf die Geschehnisse in den Alpen nimmt. Und viele Leute, die den Massentourismus in den Alpen kritisieren und viele Leute, die den Massentourismus in den Alpen befürworten, haben sich noch nie darüber Gedanken gemacht, wer eigentlich für all das verantwortlich ist. Nämlich der Spielplatzbetreiber. Wer ist der Spielplatzbetreiber? Und der Spielplatzbetreiber ist die Tourismusindustrie. Die Tourismusindustrie ist aber ein Überbegriff für einen Wirtschaftszweig, der so unfassbar gigantisch ist, dass sich es wohl die meisten gar nicht ausmalen können, wie viel da eigentlich dahinter steckt. Einfach nur auszugsweise. Da stecken nicht nur die Seilbahnen dahinter, wie viele quasi Außenstehende meinen könnten, von außen betrachtet. Da steckt auch sehr viel Gastronomie drinnen. Da stecken Banken drinnen, die in diese ganze Industrie investieren beziehungsweise eben Kredite vergeben für Seilbahnen und Co. Da steckt die Hotellerie drinnen. Also wir haben die Seilbahnbetriebe, wir haben die Hotellerie, wir haben die Gastronomie, wir haben sehr viele Bauern, wir haben Infrastruktur, also die Arbeitsplätze, die davon abhängen, ob neue Infrastruktur gebaut wird oder nicht. Davon hängt wieder ab. Werden neue Straßen gebaut, werden Wege angelegt, werden irgendwo Absicherungen gemacht, müssen Brücken oder Tunnel gebaut werden und so weiter. Also es hängt ein Rattenschwanz an der Tourismusindustrie dran. Das kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen. Und da kommen noch hunderte Sektoren dazu, die ebenfalls dabei mitspielen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück, schließen wir den Kreis in der Metapher und sagen, okay, was ist dann der Punkt, wenn die zwei da drinnen streiten? Es gibt keinen Punkt. Die zwei werden immer unglücklich sein. Denn sie hauen sich gegenseitig die Schaufel auf den Kopf. Egal ob sie gewinnen oder verlieren oder diesen Prozess immer weiter führen, sie werden nie der Spielplatzbesitzer sein. Die Alpen werden niemals von irgendeiner Gruppe, von irgendeiner Partei übernommen werden können. Es wird immer darauf hinauslaufen, dass die Tourismusindustrie so einen dicken Fuß, zumindest in Österreich und in der Schweiz ist es genauso, in so einen dicken Fuß in der Tür der Alpen haben, dass wir, egal was für einer Meinung wir sind, egal ob wir Tourismus sehr wertschätzen in den Alpen oder ob wir ihn hassen, wir können daran sowieso nichts ändern. Wir werden es nicht beeinflussen können. Und der Spin geht aktuell in Richtung Tourismus, was natürlich die eine Seite freut, aber der Widerstand von der anderen Seite wird größer und lauter und deswegen fühlen sich die Leute, die den Tourismus gut heißen, wiederum genervt. Und da sieht man, man hat nichts zu sagen. Denn die Touristen oder die Touristiker, besser gesagt, die würden am liebsten einfach die Partei der Begrenzer und der Beschränker einfach rausschmeißen aus den Alpen und sagen, das ist mir egal, was ihr zu sagen habt. Aber das funktioniert so nicht. Gott sei Dank funktioniert das so nicht. Und das bedeutet, an dem kleinen Sandkasten, an dem ist die Tourismusindustrie schuld. Denn, jetzt kann man natürlich sagen, was hat das jetzt mit dem Sandkasten zu tun? Die Größe des Sandkasten, die Größe der Alpen hängt natürlich nicht vom Spielplatzbetreiber, natürlich nicht von der Tourismusindustrie ab. Aber, die Tourismusindustrie macht für einen Großteil der Bergsteiger verlockende Angebote. Eine Bergbahn irgendwo rauf haben, gute Infrastruktur, Wege, Straßen, Parkplätze, sehr hoch oben am Berg. Das sind Angebote, die jeder Bergsteiger, der jetzt keinen extrem puren Ansatz im Alpinismus verfolgt, nutzen wird. Es gibt nur ganz, ganz wenige Bergsteiger, die sagen, ja, also ich bleibe extra freiwillig so weit wie möglich unten vom Berg mit dem Auto stehen und gehe dann alles zu Fuß hoch. Ich fahre sicher nicht bis zum besten Parkplatz. Das wird nicht passieren. Beziehungsweise, das ist ein wahnsinnig seltenes Phänomen. Deswegen sehe ich das Problem, dass wir, dass wir eben nichts daran ändern können. Dass wir die Tourismusindustrie, wir können die Tourismusindustrie nicht stoppen und die Tourismusindustrie macht eben, sorgt für eine, ich sag mal, für eine theoretische, für eine hypothetische Verengung des Alpenraums. Denn die Leute werden in die Richtungen gelenkt, in die es die Tourismusindustrie gut brauchen kann. Ob das jetzt für Hütten ist, liebe Grüße an den Alpenverein an dieser Stelle, ob das jetzt für Seilbahnen ist oder was auch immer. Und das ist eine schwierige Frage, wie man das lösen kann. Aber was ist jetzt eigentlich mit dem anderen Spielplatz? Was ist jetzt mit dem Spielplatz, wo irgendjemand die ganze Zeit die Größe des Sandkastens anpassen kann? Ja, das ist das Corona-Jahr. Das Jahr 2020. Denn da ist Folgendes passiert. Der Spielplatzbetreiber vom ersten Spielplatz, der wurde einfach abgedreht. Dem hat man gesagt, du darfst nicht mehr. Du kannst keinen Spielplatz betreiben. Zumindest vorerst. Dem Spielplatzbetreiber ist es egal, ob er sein Geld von den Kindern oder von den Eltern oder eben von den Skifahrern oder so kriegt oder vom Staat. Also dem ist das vollkommen egal. Aber die Kinder, die mussten jetzt natürlich umziehen und die sind auf einen Spielplatz gezogen namens Natur. Wir haben jetzt Skitouren, Geher, ohne Ende. Und die Natur hat den zweiten Spielplatz. Die Natur ist der Besitzer des zweiten Spielplatzes und die Natur hat eine Fähigkeit, die der erste Spielplatzbetreiber, die die Tourismusindustrie eben nicht hat. Und das ist, sie kann über das Wetter und über die Lawinensituation, über die Witterungsverhältnisse, über Neuschnee sehr gut regulieren, wo die Leute Skifahren gehen oder Skitouren gehen. Und das ist etwas, was der Tourismusindustrie insofern nicht gefällt, weil sie keinen Cent damit verdienen. Und gleichzeitig spitzen sich die Situationen in den Gebieten, in denen es noch geht, immer weiter zu. Das heißt, wir haben eine riesige Sandkiste, und die wird quasi geleitet von Mutter Natur und die wird durch die schwierigen Wetterverhältnisse und den schwierigen Schnee immer kleiner und immer kleiner. Es gibt immer weniger Berge, auf denen es möglich ist, aktuell eine Skitour zu gehen. Und wenn jetzt wieder neue Schneemassen kommen und so weiter und dann das Wetter noch mal schlechter wird, dann wird es immer kleiner und immer kleiner. Die Bereiche, in denen Skitouren möglich sind, werden immer kleiner. Die Leute wollen aber nicht darauf verzichten. Im Gegenteil, es werden immer mehr Menschen, die Skitouren gehen wollen. Das heißt, wir haben ein immer geringeres Angebot und immer mehr Menschen. Und was wir dagegen tun, das weiß keiner. Wenn der erste Spielplatzbetreiber wieder aufsperren würde, dann würden vielleicht ein paar Leute bei den Skitouren abspringen und wieder in den normalen Skifahrbetrieb mit Lift und Co. umsteigen. Da bin ich überzeugt davon, dass vielleicht ein paar wieder abspringen werden, die dieses Jahr dazugekommen sind. Aber bei weitem nicht alle. Und ich finde, das ist etwas, worüber man nachdenken muss. Wir stecken hier, um es umgangssprachlich zu formulieren, tief in der Scheiße. Weil wir haben, wir sind mit dem Massentourismus jetzt konfrontiert. Wir müssen jetzt schauen, wie wir damit umgehen und wie wollen wir das machen. Jetzt gibt es natürlich Ansätze, wie es eben jetzt umgesetzt wird. Zum Beispiel, wir verlangen jetzt 5 Euro Parkgebühren auf beliebten Skitourbergen. Das ist ja auch das gute Recht der Platzinhaber, der Inhaber der Betriebe dort, wenn dort ein Skilift ist, der jetzt eben nicht funktioniert, dass er sagt, okay, wenn mir der Parkplatz gehört, dann verlange ich 5 Euro von jedem, der sich da draufstellt. Und das ist eine Art und Weise der Beschränkung, die man jetzt gut oder schlecht finden kann. Aber Fakt ist, wir beschränken damit schon wieder den Zugang. Das heißt, eigentlich kriegen da so ein bisschen die alpinistischen Ansätze wieder recht. Indem man sagt, ja, wir machen quasi das Angebot so lange so teuer, bis so wenig Menschen kommen, dass es sozusagen wieder sozial und vor allen Dingen ökologisch verträglich ist. Aber das ist eigentlich wieder das Prinzip der Privilegien, des Privilegien-Nutzens. Also ich kann mich nur an die Berge begeben, wenn ich mir meine Parkplätze leisten kann und möchte. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, aber du hast ja auch die Skitouren-Ausrüstung geleistet und die ist ja tausendmal so teuer wie 5 Euro Parkplatzkosten. Ja, aber das ist nicht der Punkt. Denn der Punkt ist, wir machen jetzt, wir verändern ein Angebot, das vorher gratis war. Und jetzt plötzlich ist es kostenpflichtig. Und jetzt verdient jemand, nämlich der Spielplatzbetreiber. Der Spielplatzbetreiber verdient jetzt Geld, obwohl er vorher keins verdient hat. Denn mit den Skitouren-Gehern, die noch nie auf einer alpinen Piste waren, auf einer präparierten Piste, mit denen hat er noch nie was verdient. Also warum sollte er jetzt quasi einen Mörder-Reibach mit mir als Skitouren-Geher machen? Also das ist, das ist wieder ein vollkommen strittiger Ansatz. Doch jetzt kommt der frustrierende Punkt. Es gibt keinen besseren Ansatz. Es gibt aktuell keinen Ansatz, um viele Menschenmassen zu steuern oder irgendwie kontrolliert in die Berge zu bringen. Gerade, wenn wir die Situation haben, dass sehr viele Berge eben aktuell nicht empfehlenswert sind zu besteigen oder an manchen Hängen vielleicht zu wenig Schnee liegt, zu viel Schnee oder wie auch immer. Und dann fällt aber dieser Spielplatzbetreiber, die Tourismusindustrie, die früher immer für die Lenkung der Massen zuständig war. Also die Touristen sind eben zu den Hütten marschiert, wo die Wege einfach waren, die Pisten-Skitouren-Geher beziehungsweise die Pistenfahrer, Pisten-Skifahrer, die haben das so gelenkt, dass auf den anderen Bergen relativ viel Platz und relativ viel Luft für die Allgemeinheit war. Wir haben diese Situation nicht mehr. Wir müssen uns jetzt mit einer neuen Situation auseinandersetzen, die der Alpinismus so noch nie hatte. Denn seit die Infrastruktur für Tourismus eingeführt wurde in den 90er Jahren, als sich das entwickelt hat, als der Wohlstand in der Gesellschaft so groß wurde, dass sich jeder mal einen Ausflug in die Alpen leisten konnte und das zu einem Urlaub wurde. Von diesem Zeitpunkt weg gab es Seilbahnen, es gab Straßen, es gab Infrastruktur und das hat nie aufgehört bis heute. Aber heute? Heute ist das alles weg. Die Infrastruktur ist wertlos, wenn oben keine Hütte steht. Die Straße auf den Berg macht keinen Sinn, wenn oben nichts ist, wo man hin will. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir mit dieser Erkenntnis? Was machen wir denn jetzt mit dem ganzen Tourismus? Und das ist die Frage, die wir uns im Jahr 2020 und 2021 stellen müssen, denn wie gesagt, die Menschen werden nicht mehr gehen. Und die Menschen werden jetzt auch erkennen, ich brauche die Hütten gar nicht, ich brauche die Seilbahnen auch gar nicht. Es ist Teil des Erlebnis, nach oben zu gehen, die Berge zu besteigen und nicht nur raufzufahren, etwas zu konsumieren und wieder runterzufahren. Es ist Teil des großen Ganzen, die Berge auch in ihrer natürlichen Form zu nutzen. Und was machen wir dann mit den Leuten? Wir haben zwar viele Berge, aber nächstes Jahr, selbst wenn die Betriebe wieder aufsperren, die Wanderer und die Skitourengeher, die jetzt kommen, sie werden bleiben. Das ist zumindest meine Annahme, meine These, dass sie bleiben werden. Nicht zu 100%, wie gesagt, vielleicht zu 80, 70, aber sie werden bleiben. Und jetzt ist meine Frage, was machen wir mit ihnen? Ihr könnt mir gerne eure Ideen und Ansätze in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt. Ich kann auch nichts dazu sagen. Ich bin auch nur ein Kind in der Sandkiste. Also mir gehört der Spielplatz logischerweise auch nicht. Wir können der Tourismusindustrie auch keine Vorschläge machen. Sie ist zu groß, sie ist zu mächtig. Sie macht sowieso, was sie will. Das heißt, wir müssen uns irgendwie anders helfen. Aber wir haben auch noch gar keine Ansätze. Und das ist das, wo ich eben sage, wir brauchen einen ersten Ansatz. Wir brauchen dieses, ja, das ist eine Idee. Fünf Euro Parkgebühren sind nicht die Lösung. Wir haben eine neue Lösung. Aber was ist sie? Und ich habe mir im Zuge meiner, auch meiner Recherchen für mein Buch, Gedanken darüber gemacht, wie kann man dieses Problem eigentlich nachhaltig, längerfristig lösen, ohne dass man eine Art der privilegierten Bergsteiger züchtet, indem man quasi Menschen, die viel Geld für Parkplätze aufbringen können, weiter in die Berge lassen kann. Ist jetzt ganz unabhängig von Sommer oder Winter übrigens. Und da gab es ja auch, es gibt auch im Internet, in Foren, viele Vorschläge, wie man dieses Problem lösen könnte. Zum Beispiel, indem man sagt, es gibt Schranken oder es gibt eine Art Ticket, das ziehst du für deinen, für deinen Bergtag, für deinen Tag am Berg. Und dieses Ticket ist für diesen Berg gültig. und wenn sozusagen der Automat hat 100 Tickets oder gibt 100 Tickets aus und nach 100 Tickets ist Schluss, dann darfst du nicht mehr auf den Berg. Und dieses Ticket musst du in einen Automaten stecken und damit dein Schranken aufgeht und dann darfst du auf den Berg. Und schon wieder haben wir bei diesem Ansatz ein Problem mit den Privilegierten. Wer näher am Standort wohnt, ist auch schneller dort. Und wo soll das enden? 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens, sobald die Sonne aufgeht, sind die Tickets weg? Die Leute, die Einheimischen, die sind dann schneller beim Berg, weil sie nicht so viel Anfahrtszeit haben? Oder müssen dann die Leute, die von weiter weg kommen, müssen die dann um 23 Uhr am Vortag losfahren, damit sie quasi noch ein Ticket kriegen? Der Ansatz funktioniert nicht. Also zumindest in meinem, in meiner gedanklichen, theoretischen Welt wird der nicht funktionieren. Aber er ist auch nicht so groß, weil man verdient damit kein Geld. Und das sehe ich als Problem. Den Massentourismus, das Problem des Massentourismus in den Alpen zu lösen, sollte kein finanzieller Vorteil für irgendeine Partei sein. Niemand sollte davon profitieren, dieses Problem zu lösen. Und aktuell sieht es aber so aus, als wollten alle davon profitieren. Also die Leute, die an die Parkplätze gehören, die wollen jetzt Kohle. Wollten sie vorher nicht. Aber sie haben jetzt erkannt, ah, ich habe ein Angebot und das ist knapp, jetzt kann ich viel Geld dafür verlangen. Aber genau das darf nicht passieren. Wir dürfen die Alpen nicht den monetären Interessen von anderen Parteien überlassen. Egal, ob das die eigenen Parteien sind oder irgendwelche Spielplatzbetreiber, die sowieso immer nur das finanzielle Interesse im Vordergrund hatten. Das ist aber schwierig. Denn wenn kein finanzielles Interesse im Raum steht, dann steht in der Regel von den Mächtigen und Großen, sag ich jetzt mal, die das in der Hand hätten, das zu kontrollieren, auch generell kein Interesse im Haus. Also wenn eine Gemeinde oder eine Industrie oder eine Firma kein Geld verdienen kann, dann bewegt sich da sehr wenig. Bis bei Firmen zum Beispiel gar nichts. Also es wird sehr wenig Firmen geben, die aus Eigeninteresse, die nicht aus Eigeninteresse, sondern aus vollkommener Selbstlosigkeit sagen, ja, wir engagieren uns jetzt für bessere Verhältnisse in den Bergen und wir werden Thinktanks machen und wir werden uns da jetzt echt was überlegen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Bei Gemeinden, ja, vielleicht doch eher, weil Gemeinden leiden selber darunter. Viele Leute vergessen, dass die Gemeinden, in denen diese Berge stehen, in der Regel gar nicht so froh sind. Denn der Parkplatz, auf dem jetzt viel Kohle verlangt wird, der gehört nicht immer der Gemeinde. Und zum Beispiel am Mondsee, bei der Drachenwand, der Klettersteig, der ist ein berühmtes Beispiel für ein gewaltiges Problem. Denn an der Drachenwand gibt es jedes Jahr neue Rekorde an Besuchern und auch neue Rekorde an Alpinunfällen. Sieht wer den Zusammenhang? Also ich sehe ihn zumindest und ich muss sagen, das ist ein Problem, das eben hier an die Grenzen stößt. Die Gemeinde ist überfordert mit der Situation. Das sagen sie selber sogar. Also die entsprechenden Beauftragten in der Gemeinde sagen, sie haben noch keine Idee. Und andere sagen aber, wir brauchen jetzt eine Lösung. Die Leute, es wird immer mehr, es wird immer gefährlicher, die Drachenwand über den Klettersteig, über den Drachenwand-Klettersteig zu besteigen. Und es gibt aber noch keine Lösung, weil die Gemeinde hat dafür ja auch keine finanziellen Mittel. Das kostet ja Geld, wenn ich für die Öffentlichkeit, für die Allgemeinheit etwas zur Verfügung stellen möchte, was nichts kostet. Und das ist meine, das ist mein Anspruch. Egal, ob das hier Politik oder Wirtschaft löst. Aber das ist mein Anspruch an alle. Das hier, von diesem Problem, vom Problem Massentourismus, darf niemand profitieren. Denn sonst hängt da eine Variable in dieser Lösung drinnen, die sich jederzeit ändern kann. Die Kosten, die nämlich anfallen würden für die einzelnen Nutzer der Berge, unter Anführungszeichen, Nutzer unter Anführungszeichen, das ist eine Variable. Die könnte sich dann immer ändern. Da könnte man dann argumentieren, ja, Inflation und ja, es wurde mehr und ja, wir wollen etwas ausbauen. Da wäre viel zu viel Blabla drinnen. Das, so kann es nicht funktionieren. Wir brauchen eine öffentliche, der Allgemeinheit dienliche und nicht monetäre, finanziell nicht attraktive Lösung, die aber eben Geld kosten wird. Und ein Schranken ist keine Lösung, denn sie ist diskriminierend. Eine finanzielle Lösung halte ich für absolut falsch und ist auch in gewisser Weise diskriminierend. Wir sollten den Berge, also wir sollten die Berge allen Menschen zugänglich machen. Da bin ich auf der Seite der Tourismus, der Partei im Sandkasten des Tourismus. Aber wir sollten auch eine Limitierung implementieren, damit wir die Berge noch so genießen können, wie wir sie genießen. Und das ist aber gleichzeitig ein Widerspruch und das weiß ich selbst natürlich auch. Ich weiß, dass ich, sonst hätte ich ja die Lösung. Wenn das kein, wenn das kein Widerspruch in sich wäre, einerseits Recht, das gleiche Recht für alle, andererseits aber das Problem der, der, der überbordenden Massen. Ich sehe dieses Problem, dass es ein Widerspruch ist und deswegen sage ich ja auch ganz klar, ich habe keine Lösung dafür. Aber ich sehe das Problem und ich sehe auch, dass sich relativ wenig Leute um eine Lösung scheren. Wir sitzen stattdessen in einem Sandkasten und hauen uns gegenseitig die Schaufel auf den Kopf, während nächstes Jahr die Tourismusindustrie wahrscheinlich, sicher ist das ja nicht, aber wahrscheinlich wieder in ihren Sektor voll und ganz einsteigen kann, vor allem im Sommer und einen Mörderumsatz generieren wird, während sich die beiden Parteien, der Nutzer, der Nutzer der Alpen sich gegenseitig wieder die Schaufel auf den Kopf schlagen werden. Das Fazit dieses Podcasts sollte sein, dieser Episode sollte sein, wir sind nicht verantwortlich für dieses Fiasko. Die Touristen und die Alpinisten sind beide nicht verantwortlich für die Problematik, aber wir müssen uns bewusst werden, wer es ist und wir müssen uns bewusst werden, dass wir an der Lösung beteiligt sind, aber nicht, indem wir es direkt umsetzen und vor allen Dingen nicht, indem wir uns gegenseitig bekämpfen. Die Touristen und die Alpinisten sind keine Feinde, aber die Tourismusindustrie lebt davon, dass es diese Feindschaft gibt, denn es wird dadurch angestachelt und genau dem sollte man sich so gut es geht widersetzen, indem man sagt, wir bilden eine Einheit, wir brauchen eine Lösung, ich habe sie nicht, vielleicht habt ihr sie. Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Wir brauchen jedenfalls einen Diskurs über den Massentourismus in den Alpen. Es wird zu einem echten Problem und vor allem wird es zu einem ökologischen Problem und das, das ist gar nicht mehr so weit weg. Bis zum nächsten Podcast, bis zum nächsten Sonntag wünschen wir euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Wenn ihr Meinungen dazu habt, schreibt sie uns gerne beim YouTube Podcast unten in die Kommentare oder schreibt sie uns an kontakt at alpenacademy.at Wir werden eure Meinungen gerne aufnehmen und darüber nachdenken und sie auch im nächsten Podcast gerne mal behandeln. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berghall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.